Ein zukunftsweisendes journalistisches Format finde ich dann, wenn es mir von neuer Technologie den Ingenieurspaß, der keinen Sinn macht, aber lustig ist, wegstreicht und das, was wirklich eine neue Tür für Inhalte öffnet, auf den Punkt bringt. Dass die altmodische Trennung Journalist oder Techniker, Content-Mensch oder eben technologiegetriebener Mensch zunehmend unwichtig ist, das ist glaube ich eine Kernqualifikation heute, dass man beides im Auge hat, dann große Ausdauer und ein inhaltliches Anliegen und dass es hier um die Idee, um die intelligente Nutzung, Ausnutzung von Technologie geht und nicht zuerst um die Frage, wie kann ich damit Geld verdienen. Ich wünsche mir für die Gewinner des Formatfestivals, dass es dabei nicht bleibt, dass sich die Jury nicht geirrt hat, sondern dass es dann auch in Kontakt mit Usern, mit Publikum die Flügel ausbreitet und fliegt.